3, 2, 1... Hola Freunde! Willkommen zu einer Runger-Rainbow-Feed-Feed zusammen mit dem Nordfluss in der Season 4 Mit Echo, Fresh weißt du und Bahnen Terroristenjagd, weil der will unbedingt jetzt Level 100 Ich will Level 100 Ich will Level 100, ich will mit mir ein Star Gun Hallo Freunde Die Decke lassen wir so oder was? Ja, wir können so offen bleiben, glaube ich Hast du schon verstärkt hier? Ähm, ja, wirklich, wirklich wärs Ich könnte ja mal kurz nach oben gehen Also, das kann ich so eventuell tun Lässt mich hier natürlich alleine Mannschaft gerne Ja, okay Bist du schon tot? Ich auch, ne? Ist jetzt nicht dein Herz Alter, ich hab die Tür aufgemacht, bitte Ich hab die Scheiß-Tür aufgemacht Da kam ein kleine ganze Hort Im Wort fein Ich gott, ne? Habe ich einen getötet? Ja, doch einen habe ich getötet Ja, ich hab's ausgesehen auch schwer eingestellt Ja, ich hab's ausgesehen auch schwer eingestellt Super Anfang, ja? Super Anfang Super, super Anfang Ja, aber guck mal hier Oh, da standen gleich deine Leute zur Begrüßung Die wollten grad breachen wahrscheinlich Ach komm, mach mal was anderes, dass ich nicht beschütze Weil das dauert eigentlich am längsten Nö, das macht Spaß Macht mir Spaß Ja, lass das an einer Spot nehmen Weil das ist ja scheiße eben Ja Hallo Freunde Oh, war das grad schlecht Jetzt steht doch mal was übernimmt, ne? Ach, da könnte ich ja jetzt auch mal jemand anderen nehmen Anstatt Echo-Fresh Aber ich will ja unbedingt einen neuen Imperator Raiderzeit Raider 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 Wir können ja nicht mal mit der P22-9 mal ein bisschen spielen, ne? Quasi nicht Doch, mach mal Schlafzimmer Willst du mit mir ins Schlafzimmer gehen? Äh, ja Wobei der ist auch als einzigste, ein bisschen kontrolliert zu halten Der Feind formiert sich neu, die Geisel Ach so, dieses Schlafzimmer, ne, das ist nicht zu halten Da steppst du, wenn du rausgehst Ja, oder verursacht Hast du ja aufgefangen, da voll herzliche Handschuhe, wenn es auch Handschuhe sind Könnte Smoke sein, ne? Ich muss sagen, seit dem Update läuft das Spiel wieder wirklich flüssiger als sonst Und bei ihm sind die Bugs weg Indem er immer gekickt wird, alle 22 Minuten Feindlicher Angriff Warte, alle 2 Minuten war es ja, ne? Wenn mal die Wand können wir noch zu machen, hier, gell? Machst du die Wand noch zu? Das ist schwer, ne? Wir können jetzt so oft auf der Auffülle oder Scheiße Hallo Wobei, das ist kacke, wenn es da geht Mach hier mal eins, das geht mal Ey, das geht doch nicht Geht das nicht Wir haben die Geisel schon gefunden Ja, alles klar Okay Boah, wie sie da oben rumhocken Genug herum stolziert Zeit, sie Platz zu machen Oh, fuck me Der ist jetzt oben Reinschlingel irgendwo Ich lade nach Lade nach Ich lade nach Ich lade nach Ich lade nach Ok, äh, wir müssen ein bisschen strategisch Mal Alter, das kannst du so vergessen Willst du denn das halten jetzt hier Die Wand ist nicht verstärkt Das sind Ja, das ist eine Doppelwand Wenn wir mal hier durchbreachen, kannst du da auch durch Okay, scheiße. Wie oft können wir noch auffüllen? Wir müssen halt gucken. Vielleicht lassen wir eine Wand mal offen, wenn sie da durchspiegeln, dass wir sie wenigstens noch mal verstärken können. Weißt du, was ich meine? Äh, Darius, ich renne zu der, äh... Wenn ich die Flamme da wechseln würde, dass ich da wechseln kann. Oh, lebe ich. Jetzt suchen wir mal einen neuen Spot, weil das ist ja ekelhaft hier, warte mal. Wenn ich ganz schnell wieder zurücklaufen muss, dann muss ein Fenster da... Na, ich bin hier bei dem dreckigen Spot hier. Bei einem Multiplayer, jeder hole schießt. Errichte Barrikade! Ja, wir sollten aber vielleicht mal in einem Online-Reisen bestimmt alle gleich wieder hier. Okay, lol, wir hatten schon gleich einer beschossen. Ah! Wow, fuck me! Alter, wir sind... Boah, die ficken mich grad von allen Seiten. Nein, 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 ah! Boah, alle! Die ficken mich von allen Seiten. Ist da ein Fenster offen bei dir? Jaa, wir hätten vielleicht da die Jam. Wobei, wir hätten ein Castle nehmen müssen dafür. Ah, das ist doch scheiße. Nein! Mach auf! Die war weiter gestorben. Nein, lass das Fenster offen da. Lass das Fenster offen, damit ich schnell raus kann. Mach auf! So... So. Ficken, 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 ficken! Ich gehe durch, damit mich der Körner nervt. Ah, jetzt muss ich noch zuzummern, scheiße. Egal, was soll ich machen. Ich muss hier verweilen, sonst geht das nicht. Es muss doch gehen, hier irgendwo noch ein Schild zu setzen. Ah, hier geht es. Ja, das wird natürlich gleich, ohne Sicherheit. Fettsack. Sebastian, ich bräuchte mal deine Hilfe vielleicht. Spät. Zeit! Ja, ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Aber der hat natürlich mein ganzes Magazin gedruckt. Ich glaube, wie viele Runden ist das? Die dritte, Master ist also die letzte, da war es das eigentlich. Wir haben die Geisel wiederbelebt. Jetzt kommen wir mal Zweifetziger, ja, das weißt du Bescheid. Ja. Rutschhoffstattler, Wacke, weg. Geisel. Jetzt kannst du mal eine Drohne benutzen, vielleicht funktioniert's nochmal. Die hängt da oben an der Decke, guck. Jetzt müsste es eigentlich mal gegen Operator, der andere Eigenschaften mit einem anderen Operator übernehmen kann. Da brauchst du aber das Kontrollding am Armband, Darius. Ja sag ich doch, dann nimmst du von der Twitch dann diesen Kontrollteil und benutzt es dann. Du bist zwar eingeschränkt, du kannst vielleicht dann nicht... Oder als IQ, du kannst ja nicht zielen mit dem Gerät, sondern du kannst nur... Wenn du dich jemanden triffst... So Sachen wären halt cool gewesen. Ah, da kommen auch mehr, ja? Ich würde, wenn du Zeit hast, diese Dinge dazu machen und die Geisel wiederbeleben. Ähm, hallo? Drück doch, Mann! Was ist denn da los? Sechs verbleibende. Achtung, äh... Drei Stück. Du hast deinen Kopf getroffen, der liegt immer noch. Ansonsten machst du ein Loch in die Wand und schießt nur da ab. Nö. Äh, Runde... Ne, eine muss noch, glaub ich noch. Ja. Bereich verstärken, der Feind formiert sich neu. Sind ja 5-3-4. Da kommen jetzt elf Gegner, ja? Weiß Bescheid. Ja? Darius, erzähl doch mal etwas, was in eine komplett neu reingekommen ist. Ja, also die haben... Kapitao gener... ähm... Leck wird ein Kapitao. Leck wird ein Kapitao, glaub ich, genervt. Und die haben, äh, dafür aber die Cavera gut gebufft. Und da lose einen. Ähm... Wobei, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich hab die Cavera. Ich kümmer auf die Webseite, ansonsten. Kann sein, dann haben sie gekauft. Ich mein, da haben sie noch, ähm... Kapitao haben sie genervt. Ich glaub, Kapitao haben sie genervt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Weil der hat echt ne gute Schrott gehabt. Das haben sie, glaub ich, rausgenommen. Dann haben wir jetzt zwei neue Operator der Season 4. Die Red Crow und ne neue Map. Für ne neue Map ist das ein großes Hochhaus. Und, ähm, darauf... ähm... Ist dann nochmal so ein paar kleine Builder. Da kann man nur ein bisschen... Umrennen noch ein paar andere Leute umbringen, ne? Ja, also, es gibt dann noch die Hibana. Und halten vor. In dem Fall hat Echo halt die Fähigkeiten, mit seiner, ähm, Fischprobe sich an Deckung zu hängen. Und von dort aus... Ähm... Und haben auch die Möglichkeit, von dort aus, äh... Leute zu stunnen mit seinem... Ich weiß gar nicht, ist das... Einfach ein lautes Geräusch, oder... Wie man das genau nennt. So'n... So'n Ultraschall. Genau. Ja. Und die Hibana hat halt die Möglichkeit, die Aufgaben von... Vermeid zu übernehmen. In Falle. Aber von kleinen Sichtfenstern. Also, du hast... Äh... Sechs Pellets. Drei mal sechs Pellets. Die man schießen kann. Auch mit Zielen hat man, äh... Kleines Laserfeld. Wenn man mit... Auf die Pellet drauf schießen kann, dann, ähm... Löcher fabrizieren. Man kann auch ganze Türen nachstellen. Aber da brauchst du halt alle... 18 Pellets. Äh... Ja. Bleib weg weg.